nur noch wenige sekunden dauert es wie du hier kennen kannst und ja es ist vollbracht und in der tat ist hier zu sehen und hier gibt es diese angaben zu das heißt wenn ich jetzt hier drauf klicken kommt hier die mithang aufgrund er muss das refreshen aktualisieren und hier kann ich das ganze dann ist in arbeit und es dauert zwischen fünf und zwei stunden bis ausbeträge im konto gut beschrieben werden sie bis das geld erhalten ok gut und ja jetzt ist hier dieser stand und tatsächlich geht es hierbei um das schürfen und habe hier die möglichkeit das einfach zur kennenz nehmen und diese kennenzahlen also hier wo erfolgt der schiffen von diesen bitcoin geräten vom stormcane durchgeführt und kann das entsprechend hier so zur kennenz nehmen und dann habe ich hier einfach das mit meinem wallet hier zu sehen und ja das ist hier dieser bonus das heißt habe ich hier mein konto und tatsächlich habe hier diese angaben dazu die hier zu sehen ist und kann das entsprechend hier ist so zu kenntnis nehmen das was hier zu sehen ist und das so auch für mich dann nutzen hier das ist der gesamtbetrag und genau hier reinnehmen das ist hier mit deinem zahlen das verlasse ich und habe hier die möglichkeit das ganze hier natürlich empfehlen das heißt du hast hier diesen link ist unterhalb von diesem video klickst drauf dann ja das sind diese 15 prozent gelder durch empfehlen von cloudmain ausgezahlt wurden und du erhältst drei us dollar ihrem cloudkonto und dafür müsst ihr euch nur registrieren und dann ist das entsprechend erledigt und ja die regeln sind hier zu beachten einfach zur kennenz nehmen und dann kann es da losgehen und gestartet das ist das standard habe ich hier das so genannte treu programm das ist hier zu sehen das ist der aktuelle bonus und das kann ich da entsprechend zur kennenz nehmen bezüglich die details die hier zu sehen ist das ist die nächste stufe ist dann gold das was ich dazu führen haben sofern ich das entsprechend auch möchten und da ist das so genannte erfüllen programm aufgeführt könnte ich da zusätzlich noch so nutzen genau hier einfach wieder drauf gehen weil es soll ja dann weiter gehen und hierbei geht es um den aspekt mit dem storm das heißt ich muss einfach hier drauf gehen täglich und dann hier das zum schlürfen damit ich da wieder die möglichkeit habe diese aussagen zu tätigen und hier hätte ich die möglichkeit das ganze zu beschleunigen diese standard und das ist da diese standard recht so bis zu sehen oder auf gold zu wechseln dann hätte ich da einen höheren status qualifiziert durch diese einzahlung und auch die technische daten haben sich dann dadurch geändert das ist optional ich habe auch die möglichkeit hier noch sprechen andere status zu wählen und du erkennst dir dann wie sehr sich die technischen angaben in der höhe der zahlen sich da entsprechend ändern das ist die höchste meinung geschwindigkeit hier zugrunde liegt und natürlich ist das sehr sehr verführerisch das hier also zu nutzen und zur kennenzunehmen allerdings beginnt ja jeder einmal sehr klein und das bedeutet hier so anzufangen und dann das fortlaufend zu erhöhen und einfach mal das gefühl zu bekommen weil es benötigt da diese tägliche aufgabe die darin besteht hier einmal drauf zu klicken und damit es aktiv ist aktualisiert wird und dann wird da 50 sekunden lang eine werbung eingeblendet damit ist finanziert werden kann und tatsächlich wird es dann hier so nach diesen sekunden kann ich jetzt weg klicken und jetzt beginnt hier diese schürfen und ja da wird das ganze noch geprüft und hier muss das möglichst nahe drauf bringen die brennstimmung und ja falsche position habe ich absichtlich gemacht um das zu zeigen so also das ging schnell und es geht es auch gleich los da diese zwischenstufe gezeigt wird da kommt es nochmals das ist einfach zu akzeptieren und dann habe ich hier dieses status und es beginnt jetzt 4 stunden läuft das rückwärts und ja ich habe schon wieder etwas und sobald ich diese 10 us dollar habe kann ich das entsprechend dufe und tun um das zu nutzen und es ist natürlich die frage seit wann nutze ich das dazu gebe ich in meinen e-mail-post vor ich gebe jetzt hier diesen begriff ein von diesem anbieter stormgain das ist diese hier stammgain und hier ist zu sehen dass ich das seit dem 15 märz so genutzen und heute ist der 21 also diese zeit ist es möglich zum ersten mal die defnummer zu bestätigen damit das überhaupt genutzt werden kann und dann kommt da die benachrichtigung mit der bestätigung natürlich braucht es auch auch akku damit das ganz technisch funktioniert dann bestätigen und dann ist hier die möglichkeit diese kostenlose pro version des gold status zu holen das ist tatsächlich da möglich und hier kostet eine provision mehr und schneller und das ist das teuer programm die vorteil zu halten also tätigen sie ist ihre erste einzeln von zehn oder den gegenwalt in eine andere währung das ist die voraussetzung dafür haben sie innerhalb von 20 stunden nach ein einzahlen sieben tagen lang den gold status ist dankbar genug für die dauern von sieben tagen nach erhalt dieser e-mail aktiviert werden ok also das ist das was hier vor fünf tagen und das ist hier dann erhalten von diesen sieben tagen den status sagt ihr hier drauf anders entsprechend hier laden dieser webseite um das ganze ja hier kommt einfach die jetzt diese habe ja schon ein konto genau google das ist am einfachsten das so nutzen und ihr das so zu zeigen zu können genau das ist dann diese app die dann auch zur füge steht darauf sich jetzt gerade und genau das ist hier diese gold status genau wie man sich fällen höhen qualifiziert und das hier so dann zu nutzen zu können entsprechend hier aufgeführt also es ist wirklich die vorteil die hier ist bezüglich der kostenprovision der gold status dafür sind einfach diese punkte zu erfüllen und ja so erhältst du dann dies gold status und das zu tun es gibt da noch diesen anderen status welcher hier gezeigt wird dass mit diesen einzelnen schritten und dann das auch vollempfänglich nutzen zu können genannt also in diesem sinne ja geht das und kannst du die vorteile nutzen